hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jahr nach dem ticket und heute spiel wikinkrad viel spaß da sind wir auch schon ich musste gerade eigentlich dass hier das spiel gespielt aber wahrscheinlich zeit She's not hurt! Go 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 go! Ich bin noch nicht mal geladen hier. Okay, ich glaube das Spiel haben wir wirklich noch nicht gespielt. Oder doch? Das war mir bekannt vor. Hm, ich weiß es nicht. 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 weitergehen würde. Aber das geht automatisch hier weg. Daher alles gut. Daher alles gut. warte mal da ist noch nur eins ich habe gerade gesehen, dass da die Zahl gestanden ist ah, jetzt bin ich fertig mit meinem Bauernhof bin ich jetzt nicht fertig jetzt du willst meine Sparring Partner sein? du willst meine Sparring Partner? ja ich habe noch gar keine Leute ausgebildet ausbilden lassen das muss ich auch noch gleich machen das muss ich das schaffen das ist 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 das das ist die oder das ist nicht Was war das für noch aufgaben? Ich habe zwei Leute auf dich, okay? Ich bin ein Augenblick, ich bin ein Augenblick, ich bin ein Augenblick, ich bin ein Augenblick, Ich bin ein Augenblick und nervös, okay? Ich werde ja auch、、 hier... Okay ich habe zwei Leute auf recording... Es geht uns einfach wieder, aus dem Power-Con. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wait! We'll be here waiting for you to give you. I will not forgive you if you die before me. Click. Oh. Don't you have other matters to attend to? I will not forgive you if you die before me. I will not forgive you. I will not forgive you. We'll be here waiting for you to give you. Jetzt hab ich Verstand. Okay. Okay, ich muss jetzt 42 Attacken haben. Ich bin bei 31. Das ist gut, aber den Kampf wird noch das Ende. Weil ich das schaffe überhaupt. 72 Stärke. Das wird schon mal schwer. Und dann bin ich auf seinem Wasserball für heute. Oh, das war ein 60. Also hier mit der Grafik sieht ein bisschen doof aus. Mit den pinken. Normal sind da wahrscheinlich die Krieger drin stehen. Aber es scheint noch nicht ganz ausgleichs zu sein. Also ist das Spiel neu. Da ist wahrscheinlich von einem anderen Spiel, die einige Sachen abkopiert sind. Bei so ein paar Sachen komme ich ziemlich bekannt vor. Das ist dann wahrscheinlich in dieses Spiel rein. Gold. Größe 1,7. 5,5 Mal. Buh! Gut, dann werde ich das Spiel sogar noch mit einer Niederlage beenden, aber erst noch, dann werde ich hier diese Dinge jetzt abholen. Und jetzt habe ich hier auch noch eine Leiste gekriegt. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war es jetzt schon für heute. Bestätigen. Und ich hole mein Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.